Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Kolja Goldstein Schall und Rauch mit Musikvideo, ja, ich bin gespannt, wir haben letztes Mal schon auf Kolja Goldstein reagiert, der Song mit Dümmer Rock, der war extrem cool, wirklich sehr cool, wie euch das schon kam, auch ganz gut an dazu und jetzt ein neuer Song, wir gehen rein, let's go! Boah! Wie der die Wörter betont, ist einfach so krass, ne, der irgendwie so, der, ich weiß nicht, das ist so, er spricht die Wörter relativ langsam aus, aber die Betonung davon ist so krass und brutal und kräftig, ne, das ist einfach unfassbar cool. Der hört sich auch krass an, ne, hab ich von, kann ich versprechen, von dem hab ich auch noch nie was vorher gehört, muss ich sagen, aber das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an, ja. Da krachen nachts im Tanja, spiel den Ball wie die Baller, ey, wir bringen den harten Scheiß, lass dein Gelaber sein, auf der Jagd nach Euro schlaf nicht ein, ich roll mir ein, ich bin bewaffnet, hab die Luger und Baller, mein Bruder haben Sabot gepflegt mit die Tonnen im Laster, ey, es riecht nach Ammoniak, wie was... Mit vier Tonnen im Laster, also ich glaub, wenn du vier Tonnen im Laster hast, dann, äh, bist du erst mal länger weg, ja. Ja, ich glaub schon, das ist nämlich ne große Menge. Was meint ihr, diese Zeiten sind hart, wir haben euch alle verdrängt, wir sind die eins auf dem Markt, von den meisten, die ich kenne, da ist keiner mit da, sie schlafen ein in der Zelle oder beißen ins Gras, Das Musikvideo ist auch echt sehr simpel gehalten, aber das ist passend zum Song auf jeden Fall, sehr cool. Aber ich glaube, Koya Goldstein wird hier nicht noch einmal singen, rappen, Entschuldigung. Das ist ein bisschen schade, also sein Part war jetzt sehr, sehr cool, ich meine, er ist nur Feature auf dem Song, aber er hätte mir mehr gewünscht, ja, weil Koya Goldstein geht immer. Nichts dahinter, guckt die Jungs, die schafften Taschen raus, wir sind behindert, auf der Jagd, nach dem Pader Container krachen, nachts in Tanja, spiel den Ball wie die Baller, ey. Wir holen die Waffen raus, ihr seid wie Schall und Rauch, nichts dahinter, guckt die Jungs, die schafften Taschen raus, wir sind behindert, auf der Jagd, nach dem Pader Container krachen, nachts in Tanja, spiel den Ball wie die Baller, ey. Ey, cooler Song, muss ich wirklich sagen. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Cool. Ja, okay, war jetzt relativ kurz, 2 Minuten 25, aber ja, gut, trotzdem sehr cool, nur halt der Part von Koya Goldstein war mir jetzt ein bisschen zu kurz, muss ich leider sagen, aber sonst ein echt cool, auch coole Hook auf jeden Fall, hat mir sehr gefallen. Wird es dir gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, aber nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab, wir sehen uns beim nächsten Mal und hauen rein.